Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Geocraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Redstone Bunker. Und ich war auch nicht untätig gewesen und habe das IMS quasi nun angeschlossen und doch noch eine ganze Menge dazu gebaut, wie ihr vielleicht seht. Und das möchte ich euch jetzt heute erklären und dann schauen wir mal, was wir heute machen. Weiß ich es ja ziemlich genau noch nicht, was wir tun werden und was wird gerade hier eingelagert? Blaze Rods, ah, dann werden wohl gerade noch ein paar Blaze Rods benötigt, dann werden die gerade neu gespawnt. Habe ich recht? Ja, habe ich. Ihr seht dort, es sind die Zombies und die spawnen gerade die Blaze Rods neu. Okay, also, Akt 1, ich muss das System nochmal verbessern und zwar hier eine Schiene hinlegen. Das Minecraft fährt nun quasi hier über einen Knopf und fährt dann auf die Schiene, die hier hinkommt. Entsprechend muss sich die KI des Computers verändern, sodass wenn das Minecraft, ähm, es steht jetzt ja nicht mal auf dem Knopf, sondern es muss kurz über den Knopf fahren. Und wenn das kurz über den Knopf fährt, schaltet sich die Technik hier ein und schickt zweimal die Minecrafts auf den Weg, dass auch wirklich jedes Minecraft losfährt. Dann muss sich die Taktung ändern. Die war nämlich zu niedrig. Drei Repeater, da müssen dazwischen sein. Das dauert natürlich sehr lange, bis sie dann hinten ankommen. Und aus diesem Grund habe ich folgendes gemacht. Ich habe einen Cut gemacht und zwar habe ich den Cut ziemlich genau hier gemacht. Also ihr seht, hier teilt das System sich auf in zwei Schienen. Das heißt, einmal der Teil mit den Minecrafts hier. Das heißt, diese Minecrafts alle hier teilen sich auf und die Minecrafts auf der anderen Seite, äh, wo ist es? Da ist es, gehen hier runter und teilen sich auf auf eine zweite Schiene. Sodass das System quasi einmal in der Mitte geteilt ist sozusagen. Die hier werden auf eine Schiene geschickt und die hier werden hintereinander auf eine Schiene geschickt. Hierbei geht es ja darum, dass ihr Minecrafts quasi hintereinander auf eine Schiene schickt. Und die, äh, das sind diese, ähm, Diamanten-Schienen und die laufen dann hier zusammen in diesem System hier. Das ist auch nochmal ein recht komplexes System, aber das kann ich euch auch gleich erzählen. Äh, erzeigen, erzeigen. Das ist ein neues Wort. Herzlichen Glückwunsch. The GeoCraft hat ein neues Wort erschaffen. Erzeigen. Damit meine ich erklären und zeigen gleichzeitig. Ähm, ihr seht, ich habe jetzt doch das alte IMS-System wieder zurückgeholt. Das alte IMS-S, ähm, das alte System funktioniert ja für kleine Items ganz gut. Zum Beispiel jetzt also für hier den Ofen und, äh, das hier muss ich auch noch anschließen. Pass auf, dann machen wir das jetzt eben. Also für solche Items, die hier in der Nähe des Lagers benötigt werden oder zum Beispiel für die Waffensysteme und so. Dafür können wir dieses alte System noch gut benutzen. Das ist ja noch in Schuss und funktioniert ja, was das angeht, ja eigentlich noch ganz zufriedenstellend. Ähm, das war meine Idee grundsätzlich. Wir legen jetzt mal ganz kurz hier die Schienen. Und dann geht es auch sofort weiter, euch mal zu erklären, wie das andere alles funktioniert. Ähm, das ist nämlich doch irgendwie ein recht spannender Ratsomechanismus. Und es wurde gebeten, dass ich doch mehr wieder On-Cam machen soll und nicht so viel Off-Cam. Also nicht, also mehr während der Aufnahme als weniger nicht, während ich nicht aufnehme, zu machen. Ähm, die Minecarts fahren also alle erstmal hierher und bekommen nochmal hier einen zweiten Zettel. Die haben dann zwei Zettel in sich, ne? Sie bekommen ja einmal einen Zettel an der Stelle und die habe ich auch schon alle reingetan. Zum Beispiel das Minecart, welches hier losfährt. S1. Wir können das ja mal machen. Das Minecart, das erste Minecart ist das Minecart, welches Melon hier holt. Das heißt, sobald Bedarf an Melonen ist, so, fährt das Minecart los, holt sich an der Stelle hier eine Melone dort. Jetzt hat es eine Melone in sich und bekommt jetzt noch einen Zettel. Und innen drin ist jetzt eine Melone und ein Zettel und dann fahren die Minecarts getaktet los und an dieser Stelle hier kommt noch ein zweiter Zettel in das Minecart. Das können wir mal ganz kurz gucken. Ihr seht das Minecart, zack, da hat er sich einen zweiten Zettel geholt und fährt jetzt hier in ein System rein, welches auch hier nacheinander die Minecarts loslässt. Also erst dieses Minecart, dann dieses Minecart, dann dieses Minecart, wenn eins da wäre. Dann würden sie nochmal sortiert quasi hundertprozentig nacheinander und nicht gleichzeitig in dieses System reinfahren. Hier holt sich nun das Minecart quasi anhand des Items, was drin ist, die Items, die benötigt werden. Melonen in diesem Fall und belädt sich voll mit Melonen. Und dann fährt das Minecart hier entlang, hier zurück. Hier ist der Verteiler, der das Minecart wieder auf eine Schiene prackt. Zack, zack. Und das Minecart fährt dann jetzt nach oben und fährt dann hier anhand dieses einen Zettel, den es hier unten bekommen hat, hoffentlich könnt ihr es noch verfolgen, zurück auf diese Schiene und über diese Schiene. Jetzt hat sie nur noch einen Zettel in sich quasi, einen Zettel und die Items, die es holen soll. Und dieser eine Zettel, der wird an dieser Stelle abgegeben und dafür findet das Minecart quasi hundertprozentig den Weg zurück. Und das System ist idiotensicher. Das funktioniert. Es ist unmöglich, dass es zu crashen kommt oder dass es irgendwelche Probleme gibt. Ich kann es ja gleich nochmal eben demonstrieren. Wir demonstrieren das mal anhand von leeren Minecarts. Ja, leere Minecarts gehen. Die kann ich ja mal alle hier hinsetzen, damit ihr einmal seht, wie das System auch aussieht, wenn ich es im Power-Modus, also wenn ich mal wirklich alles mögliche da reinschicke, müsste das System abhaben können. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit wirklich allen Minecarts. Ich werde jetzt mal das System richtig voll machen. Na gut, den letzten nehmen wir mal nicht. Und los geht's. Nun schiebe ich all diese Minecarts in das System herein und gucke mir mal an, wie der Ertrag ist, beziehungsweise wie flüssig oder nicht flüssig das System läuft. Es dürfte kein Crash geben. Dann ist meine Arbeit zufriedenstellend. Also, alle diese Minecarts, die werden am Ende alle verbrannt, denn ich weiß genau, wo die alle hinfahren werden. So, ihr seht jetzt, da seht ihr es. Es gibt keinen Crash. Die Minecarts fahren wirklich gleichmäßig in das System herein. Jetzt schnappe ich mir mal kurz Lava. Die ganzen Minecarts werden nämlich alle hier herauskommen. Und zwar da kommen sie raus. Dann mache ich mal hier ein bisschen Lava dran. Schlechte Idee. Dann mache ich ja Redstone kaputt. So. Und ihr seht nun, die Minecarts fahren hier alle gleichmäßig rein. In dieses System hier, an der Stelle hier. Und dieses System hier... Ach, Moment, da ist ein kleiner... Ah, da ist tatsächlich zum Crash gekommen. Interessant. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Dieses System hier sorgt dafür, dass nun die Minecarts gleichmäßig das System verlassen. Wie ihr seht, auch hier fahren die Minecarts gleichmäßig hier ein. Aber es dürfte soweit zu keinem Crash gekommen sein, oder? Liege ich da falsch in der Annahme? Ein Minecart wartet noch hier. Das ist Minecart. Okay, dann ist das tatsächlich... Okay, dann hat es tatsächlich einen Crash gegeben. Und ich sage euch auch gleich, warum. Ja, und hier natürlich, weil hier zu viele jetzt reingefahren sind. Ich habe ein bisschen statistisch gepokert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele Minecarts wie jetzt gerade gleichzeitig reinfahren. Wenn das natürlich der Fall ist, kommt das System tatsächlich zum Crash. Und das ist gerade Crash. Es lag einfach daran, dass zu viele Minecarts gerade gleichzeitig in das System gefahren sind. Es hätten zwei oder drei Minecarts weniger sein sollen, damit das System wirklich das überlebt hätte. Also wenn die Menge weniger gewesen wäre, dann wäre es auch ohne Probleme nicht zu einem Crash gekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Kleinigkeit überprüfen, ob ich denn in der Annahme richtig liege. Nein, liege ich nicht. Haben wir nochmal ganz kurz zum Beweis her. Wenn ich jetzt mal diese drei hier nicht befülle und jetzt die Minecarts reinschicke, dann sollten wir kein Crash miterleben. Nö. Ihr seht, jetzt funktioniert das wunderbar. Die beiden ersten Minecarts sind noch auf Warteposition quasi und warten darauf, dass sie wieder losgeschickt werden können. Und außer natürlich, das ist jetzt falsch getimt. Nö, es ist richtig getimt. Und jetzt startet quasi der nächste Zyklus. Da. Und die Minecarts fahren auch ein. Und ihr seht doch, das System funktioniert doch soweit. Also hier ist ja interessant. Warum kommt es hier gerne mal zu Crashes? Das ist ja, das ist eine Sache, die ich noch nicht ganz verstehe. Aber ich glaube, ich könnte mir denken, ja, ich weiß, woran das liegt. Das liegt an dieser Apparatur hier. Und zwar hier ist noch ein kleiner Denkfehler drin von mir. Den wir jetzt noch eben beheben werden. Und dann ist das System tatsächlich perfekt. Und zwar soll hier kein langes Signal an der Stelle rein, sondern ein Pulssignal soll rein. Und das bauen wir uns mal eben das Pulssignal, indem wir hier ein, ja, indem wir hier einen Dropper hinbauen. An den Dropper packen wir einen Trichter. In den Trichter werfen wir ein Item. Dann ein Redstone-Komparator hierhin. Normaler Redstone und Repeater brauchen wir auch noch. Redstone, dann hier ein Repeater. Hier kommt ein kurzes Blink-Signal raus. Und das kurze Blink-Signal wird über diesen Kondensator zu einem langen Signal verarbeitet. Und das lange Signal, so sieht das aus, triggert dann die Minecarts. Mal gucken, ob es klappt. Also das lange Signal triggert nun hier unsere Minecarts. Ja, jetzt funktioniert es. Super. Ja, ihr seht, jetzt funktioniert das System. Jetzt ist das fehlerfrei. Okay. Gut, also abgeschlossen. Und das System, was jetzt wir hier haben, ist weniger fehleranfälliger als die anderen Systeme. Und das war mir natürlich vor allem dabei wichtig. Ihr seht, die Minecarts, die rollen jetzt alle einmal hier durch quasi und werden dann jetzt hier auf den Scheiterhaufen geworfen. Die brauchen wir jetzt quasi nicht mehr. Und dieses System hier hält auch an. Sobald kein Minecart mehr hier ist, ist die Leitung hier oben aus. Und dann schaltet sich dieses System hier auch aus. Dann wird es ja nicht mehr benötigt. Also das System hier schaltet sich auch nur bei Bedarf ein. Die gesamte Technik steht still, wenn sie nicht benötigt wird. Das war mir persönlich wichtig. Das war auch wichtig, dass es hierbei genau das gleiche ist. Dass es auch hier die Technik anhält, wenn sie nicht benötigt wird. Alles soweit wunderbar. Und das heißt, jetzt können wir auch quasi ohne Bedenken hier das Minecart losschicken, welches die Hotelzimmer auffüllt quasi mit neuen Schalkerboxen. Einige geschrieben, wieso gibt es überhaupt eine Mensa, wenn man hier doch Schalkerboxen hat? Na klar, aber hier hat man ja nicht kein Fleisch zum Beispiel. Es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, Uah, ist ja blöd, ich möchte gerne Fleisch haben. Und zum Fleisch essen müsste man dann in die Mensa gehen. Fleisch gibt es nur lecker in der Mensa. Gut. Ich würde sagen und wagen zu behaupten, dass die Anlage damit nun soweit fertig ist. Und wir können uns weiteren Sachen zuwenden. Sehen wir mal ganz kurz hier die ganzen Samen raus und schicken mal ein Minecart hier los, dass das auch alles hier funktioniert. Das hatte ich schon überprüft, aber das hier hatte ich noch nicht überprüft, ob das Minecart hier auch seinen Weg quasi wieder zurückfindet. Also jetzt mal richtig. Minecart fährt hier durch. Hier entlang. Hier runter. Naja, und das, was ich jetzt mache, gehört halt auch zu meiner Arbeit dazu, wenn ich hier solche Sachen mau testen. Es muss immer getestet werden. Also es ist überall so, auch im echten Leben ist es so, dass, ehrlich, Firmen, die Maschinen bauen oder Sachen entwickeln, die haben einmal eigene Abteilungen, wo getestet wird. Da geht es nur darum zu testen. Und die Menschen dort machen nichts anderes als zu testen, ob die Produkte funktionieren. Das ist eines der wichtigsten Sachen. So, das Minecart, die Lava müsste jetzt hier weggemacht werden, da das Minecart auch ohne Lava nun theoretisch zu seinem Ziel finden sollte. Und wir sehen, ja, es findet so sein Ziel. Es holt sich die Samen aus der Kiste hier. Wunderbar. Und fährt nun automatisch zurück. Also fährt hier hin und müsste nun korrekt anhand der intelligenten Weichen navigiert werden. Das heißt, auch hier sehen wir, dass ein Minecart fährt an der korrekten Position ab. Sollte nun nur noch einen Zettel in sich enthalten. Ja, ein Zettel ist noch drin. Und mit diesem einen Zettel geht es dann in das alte DMS-IMS-System herein, wo es an der letzten Position, beziehungsweise vorletzten Position, herauskommen sollte. Und ihr seht, es kommt heraus und nun sollte gar nichts mehr drin sein. Es sollte jetzt einen Samen hier abgeben, dass die Anzahl hier wieder auf 64 steigt. Und das Minecart bringt die Samen erfolgreich zu der 5-Minuten-Timer-Maschinerie, die wir dann quasi hier im Farmtrakt haben. Der Farmtrakt ist somit auch eigentlich fast fertig, wobei ich hier noch ganz gerne die Pilzfarm gebaut hätte. Dieses Unterfangen werde ich mir allerdings noch mal für nächstige Zeit beanspruchen. Denn die möchte ich gegebenenfalls hier hin bauen. Und ich muss mir noch ein paar Gedanken machen, wie ich die Pilzfarm baue. Die werde ich wahrscheinlich in der Testwelt vorbauen. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, und das mache ich jetzt on-cam, ihr müsst es ja nicht gucken, keiner zwingt euch dazu, mitzugucken, die Videos zu gucken. Das ist ja immer, wem das nicht gefällt, was ich hier mache, schalte doch ab. Ich mache das Handy aus. Geh raus, geh spielen. Oder schlaf ein. Weil die meisten angeblich mich ja auch nachts gerne gucken. So. Und zwar einmal so. Theoretisch sollten wir jetzt kein Problem haben. Nein, haben wir auch nicht. Dass die Items so brav hier reingehen nochmal. Und dann machen wir das nochmal hier zu. Okay. Und wir schließen quasi die nächsten Etagen an. Ich würde mal ganz gerne jedes Hotelzimmer eben anschließen. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir, was wir machen. Vielleicht können wir dann doch die Pilzfarm machen. Aber erst möchte ich wirklich einmal jedes Hotelzimmer anschließen. Das Minecraft fährt jetzt quasi hier entlang und fährt jetzt hier hoch. Moment, das können wir auch anders hochfahren lassen. Würde sogar reichen, wenn das Minecraft an der Stelle hochfährt. Bis auf die Höhe hier wird es benötigt. So. Zu guter Letzt hier nochmal einen Block hin. Und natürlich nicht vergessen, das Ganze zu bepowern. Und zwar so. Und so. Falls ich, by the way, heute ein bisschen komisch klinge. Ihr merkt das ja schon. Das hat was damit zu tun, dass ich mal wieder heiser bin. Was ich aber recht oft bin. Also, das ist der einzige Nachteil. Ich bin zwar nicht so oft krank, aber ich bin halt sehr, sehr oft heiser. Meine Stimme freut sich nicht, aber kann ich halt auch nichts dagegen machen im Moment. Außer, um euer Verständnis zu betteln. Aber drücken vor Videos werde ich mich daher nicht. Ja gut, ich, natürlich, das Legen von Minecraft Rails ist jetzt nicht gerade das Spannendste, aber gehört auch dazu. Und ich finde, dann sollte ich euch das auch zeigen. Wenn es dazu gehört. Also, Minecraft kommt jetzt hier rein. Ab jetzt geht es ja nur noch runter. Höher geht es nicht. Jetzt müssen wir natürlich nur noch hier unsere Powerblöcke hinlegen. Zack. 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 Geschafft. Und wir haben noch normale Rails. Ne, normale Rails hierhin. So, als Kurvenelement benutzen. Und dann quasi durchziehen. Nicht vergessen, welche hinzusetzen. Es ist keine spannende Arbeit, klar. Hm, man könnte ja eventuell wieder über irgendwelche spannenden Themen reden, in Anführungsstrichen. Was heißt spannende Themen? Was sind überhaupt spannende Themen? Was wären für euch spannende Themen? Das weiß ich ja noch nicht mal. So. Vielleicht könnt ihr was nochmal in die Kommentare schreiben, worüber man mal in zukünftigen Folgen drehen soll. Drehen. Drehen. Reden könnte. Wobei, in dieser, in der aktuellen Folgen wird das wahrscheinlich weniger sein. Moment mal ganz, was ist denn hier los? Äh, hab ich das was falsch gemacht? Ja, ich hab was falsch gemacht. Ich hab die falsche Stacked. Ähm, ähm, das sieht ja auch lustig aus. Ich finde, das sieht vor allem extremst lustig aus. So, das hier wird's in Minecraft nie geben, was wir hier haben. Guckt euch das hier mal an. Wie das Wasser sich ja, wie das Wasser sich gerade verhält. Das werdet ihr so schnell nicht zu Gesicht bekommen. Weil das ist ein Stackfehler, den ich quasi hier gemacht hab durch Endseted. Und deshalb ist das Wasser, es sollte eigentlich nicht so fließen. Es sollte eigentlich genau anders fließen. Eher so sollte es aussehen. Hä, aber trotzdem sieht's gut aus. Ähm, ja, wir müssen mal ganz kurz ein paar Kleinigkeiten hier ändern. In der Belegung und in der Führung des Wassers. Das heißt, ich muss mal ganz kurz durch diesen Kanal hier quasi durch. Und, ähm, dann schauen wir mal ganz kurz. Das Schild brauche ich auf jeden Fall hier. Das kommt weg. Und hier kommt ein Schild hin. Ah, toll, daran hätte ich denken müssen. Das ist natürlich jetzt... Da müssen wir uns jetzt mal gleich kurz Gedanken machen. Ich schreib mir ganz kurz ein Schild mit einer Leertaste hin. Und ich nehme das Schild jetzt mit der Leertaste. Dann kann ich leichter mit Wasser agieren. Ja, und dann muss noch... Na, hier ein Block Wasser hin. Und hier kann quasi alles weg, weil hier wird's nicht mehr benötigt. An der Stelle. Nur da wird's benötigt. Weil da oben was rausfällt. Und wenn da was rausfällt, ist es klüger, hier das Wasser hinzusetzen und hier ein Schild zu machen und das so zu machen. Ja. Okay. Dann noch eben die Minecraft Rail bauen. Die fällt einfach hier so runter. Unspektakulär. Also das, wie ihr seht, das geht schon mal um einiges schneller. Das hier wird jetzt nochmal spannender. Weil hier ja die Rail ein bisschen anders geführt werden sollte. Wegen des Wassers. Okay. Nehmen wir einen Redstone-Block mal an die Stelle und führen die Schiene quasi auch nochmal hier entlang. Wir brauchen dazu allerdings normale Rails, um das Ganze zu drehen. Und auch hier drehe ich das jetzt mal eben so. Und lasst quasi das Minecraft an der Stelle so herunterfallen. Okay. Dann ist jetzt das nächste Problem, was passiert mit den Rest-Items. Das muss ich jetzt auch noch machen. Die Rail aber erstmal. Die geht jetzt quasi hier weiter runter. Auf den Boden der Tatsachen. Erstmal. Und dann quasi nach da hinten hin. Na ja, fliegen wir mal ganz schnell hin. Und ziehen auch diese Rail einmal. Die werden wir eventuell umlegen müssen, da wir ja auch noch eine U-Bahn quasi hier bauen möchten. Und einen kleinen Pub bauen möchten. Das heißt, diese Schiene, die ich jetzt baue, brauche ich erstmal provisorisch. Eventuell bleibt sie dort. Eventuell muss sie aber nochmal umgelegt werden. Aber es muss irgendwie eine Verbindung geben zwischen diesen beiden Elementen. Und dann bauen wir es so. Nicht vergessen, Redstone-Blöcke zur Bepowerung. Wann gibt es den Redstone-Bunker zum Download? Das ist auch so eine Frage, die immer wieder gerne gestellt wird. Ja, wenn er fertig ist, sage ich darauf immer. Und dann fragen wieder die anderen, was bedeutet, wenn er fertig ist? Der Redstone-Bunker wird eher als der Freizeitpark fertig sein, weil ich jetzt gerade auch mich mehr um den Redstone-Bunker kümmere als um den Freizeitpark, denn ihr alle wollt den gerne fertig haben. Also wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis der Redstone-Bunker fertig ist. Ganz so viel muss ja auch nicht mehr gemacht werden. Wir haben ja schon wirklich eine große Menge fertig. Ich würde das Projekt so auf 60, 70 Prozent vom Fertigkeitsgrad her einstellen. Es gibt nur so ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Aber relativ gesehen ist das Projekt doch schon recht vorangeschritten. Also glaube ich, dass wir bestimmt bald fertig werden. So, jetzt lege ich nochmal ganz kurz die Wasserströme hier um. Da ist mein Schild. Wenn hier mein Schild ist, dann packe ich mal hier gleich das Wasser rein und den Block Glas noch hier hin. Dann machen wir das eben genau so, dass wir quasi hier unser Wasser reinsetzen und hier unser Wässerchen reinsetzen und noch ein Wässerchen hier. Auch wenn wir jetzt eine kleine Wassersauerei hier anrichten, das ist mir jetzt, ist jetzt nicht so schlimm. Ach, Moment, das Wasser hier ist noch nicht falsch. Also ist noch nicht falsch, es ist falsch. So, dann das hatten wir, genau, hier oben hatten wir schon korrigiert. Jetzt müssen wir es quasi nur noch auf der Etage hier korrigieren. Also kein Wasser hier und kein Wasser hier und kein Wasser hier sowie kein Wasser dort und hier auch kein Wasser. Und hier auch kein Wasser. Allerdings kommt hier ein Wasser hin. Und hier kommt ein Wasser hin. Na, Wasser. Sieht gut aus. Hier nicht. Aber hier kommt ein Wasser hin. Hier nicht. Aber hier kommt ein Wasser hin. Und hier nicht. Aber hier kommt ein Wasser hin. Und hier kommt einfach eine Sperre hin. So, fertig. Okay, cool. Dann geht es im nächsten Part weiter mit dem System und weiterer Spontanität. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.